Moinsen, liebe Rätselfreunde und willkommen zurück zu Let's Play Gable Knight, die Sünden der Väter. Ja, wir sind in den vierten Tag gestartet. Diesmal keine Albträume, wir haben uns mit Miss Geddy unterhalten in der Nacht. Und, ähm, ja, jetzt wird's mal Zeit, also der Voodoo-Fall ist wohl eingestellt worden, das waren wohl Kartellkriege, also im Untergrund irgendwie Bandenkriege laut der Polizei. Das stimmt natürlich nicht, zumindest denken wir das. Deswegen werden wir, denke ich, erstmal zu Moseley-Eiern. Und fragen, was das soll. Vielleicht kriegen wir da ein paar Antworten. Ja, und der Typ am Fenster riecht sich echt nicht. Ja, wieder die fesche Motorrad-Animation. Und rein da. Mal gucken, was Moseley uns dazu zu sagen hat. Hey, hey, hey! It's you, God help me! Night, I hate to tell you this, but you're out of a book. The Voodoo-Murders-Case has been closed. I had a feeling you were gonna say that, son of a bitch. Ja, ähm, Fragen, Fragen, Fragen. Can I ask you about some stuff? You're the writer, ask away. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Fall wieder aufgenommen wird. How can I convince you to reopen the case? Look, the department's not interested. So? Couldn't you make them interested? With what? I've got seven bodies and still no leads. The Voodoo angle's worthless. And besides, these people aren't hurting anybody but out-of-town drug dealers and hitmen. The Voodoo-Stuff is not worthless. It's the key to the whole thing. And these people are dangerous. They need to be stopped. Okay. You want me to reopen this case? Prove what you just said. What do you mean? You need to... Prove there's a legitimate Voodoo-Calt in New Orleans. Prove that they're a threat. Get me a lead on the cult. Okay, wir müssen... What's the status on the Voodoo-Murder's case? The case? What case? I told you. The Voodoo-Murder's case is closed. How can you just close it? It's not solved, is it? Oh, it's solved. Turns out the Chicago Mafia was trying to invade local territory. Using Mississippi for drug running now that Florida's so hot. What we had here was a little resistance from local businessmen. Word came in this morning that the Chicago group is giving up and pulling out of New Orleans. But that doesn't bring the killers to justice. Well, the boys upstairs seem to figure it this way. Let the slime kill each other. Better the vermin we know than the Chicago vermin, I guess. The attitude in the department is that we've just been done a huge favor. They're probably right. What about the local cartel? Are you just going to let them go? At least they're part of us. We'll deal with them over time. Always have. New Orleans is pretty clean that way, you know. Well, that's the illusion, isn't it? Look, I'm not totally in agreement here either. But what can I do? These guys are not about to get caught. I'm disappointed about the book, too. The next big murder case I get, I'll call you in and we'll do that one up right, okay? In fact, I can probably dig up some old cases and you can spice them up. No thanks. Ja, also wir müssen ihm Beweise liefern, drei Stück. Ja, dann hauen wir mal ab hier. Ach, der Crash müsste doch wieder frei sein. Ich glaube, ich habe da eine Idee. I'll let you get back to it. Ciao, Baby. Wie wir nochmal unter vier Augen mit ihm reden könnten. Aha, wir müssen erst warten, bis die Dame sich gesetzt hat. So, jetzt kommen wir hier raus. Obwohl, zwischendurch können wir zu Miss Geddy mal fahren. Ähm. Natürlich nicht. Ähm. Tag vier. Ach ja, Napoleon House, da können wir den Ring erstmal abholen. Wir haben ihm, äh, den Sam so einen Tonabdruck gegeben. Von einem Ring. So einen Schlangenring. Sam, mein Mann. Hey, Day, it's you. I got that bracelet for you. This piece was a real coffee. For some reason, the metal just wasn't set. I must be out of practice. Well, it looks good to me. Thanks, Sam. No problem. By the way, I'm heading out of town tonight. Yeah, where to? Markus used to tell me that if I ever beat him at chess, he'd take me around the world. The old bastard has enough money stuffed in his mattress to cover the federal deficit. And he hates spending a penny of it. I'm gonna enjoy watching him scream through every mile. Sounds like fun. Good luck. Are you kidding? Lucky is my middle name. Okay, wir haben dieses, äh, Schlangen-Amulett. Da ist es. Ähm, ich weiß allerdings gerade nicht, wofür wir das genau brauchen. Vielleicht für eine Zeremonie oder so. Das war das. Jetzt gehen wir mal zum Aussichtspunkt. Da waren wir, glaube ich, noch nie. Aber ich habe da so eine Idee. So, jetzt muss man halt nur gucken, wohin die zeigen. Da ist Crash. Das ist Crash. So, und jetzt müssen wir versuchen, herauszukriegen, wo er hingeht. Oder auch nicht. Mal gucken. Ist er hier? Nein. Vielleicht hier? Nee. Dann bleibt ja nur noch der hier. Gabriel kann du... Ach, nicht mit dem Gebäude. Hier auch nicht. Einzige Möglichkeit ist, der ist nach oben weggegangen. Also in die Kathedrale. Da schauen wir da mal schnell rein. Wenn wir das Laufsymbol hier mal... Ach, hier ist der Ausgang. Dann mal rein in die Kathedrale. Vielleicht erwischen wir ihn da. Aha. So, dann wollen wir mal. So, dann wollen wir mal. Wir müssen den wohl überzeugen. Ich bin mir nicht sicher. Do you recognize this? Where'd you get that? Why? Do you know something about it? Know something about it? Look at this. Crash opens his shirt and reveals a tattoo. It's the same. The same snake. It's their sign. The mark of the snake. Without it, they'll never let you get close. The sign of the snake. Right. Your tattoo, my bracelet. Now, do you believe that I know something about these people? Yeah. You know about them I... I guess. Will you answer some questions for me now? Oh, okay. Oh, okay. I'll talk to you a little. I'll make it fast. I see you talking to that drummer. What did you tell him? You saw me with the drummer? Nobody's supposed to see. Shit. I blew it again. I promise you won't say nothing to no one. It'll get back to him everything does. I promise me you won't tell anyone you saw me. Okay, but you have to tell me everything I want to know. Okay. 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 I was sending a message, man. Yeah, these... These... These rotter drummers posted around the corner. They see everything. And they report. Report? How? The drums, man. It's some kind of cold. Ah, okay. Tell me about the Radha drums. I already told you about that. Okay. Vielleicht weiß er was über das Horn Fu und das Wewe. Do you know anything about Wewe's? I never heard of that. Hmm. Er, das? Tell me what you know about a secret voodoo Horn Fu in New Orleans. Alright. There's this... This is an underground cartel in New Orleans. A voodoo cartel. They control everything that happens on the street. I mean everything. Bought or sold. They have their fingers in the legit world, too. Banks. Foreign stuff. You name it. There's supposed to be this temple. What you said. A hound for. That's the headquarters. I heard people say it's... It's on underground. It's somewhere in the French Quarter. I don't know where. Have you ever been there? No, no. I've never been in it. I'm a nobody. A runner. But I saw them once. Out at the lake. They became animals, man. Beasts. I remember the eyes. The eyes. Hey, are you okay? The eyes. The eyes. The eyes of the snake. I think I should go get a doctor. Hey, are you all right? Someone. I need help. The eyes of the snake. Dambalaha. What snake? Crash. Crash spasms twice more. Then die as Gabriel wanted. Oh, God. Poor bastard. Ja, die scheinen ihn wohl vergiftet zu haben oder so. Weil er auf dem Polizeirevier wohl war. Aber. Wir können uns, glaube ich, angucken. Also die Leiche. Wir brauchen das Tattoo. Ja, hier haben wir nochmal die Leiche. Der ist no... Dann so. Genau, da ist das Tattoo. Das brauchen wir. Das zeichnen wir mal ab. Ich glaube, ich werde das Tattoo kopieren. So, ich glaube, das war's. Hier... Nee, wir gönnen hier raus. Ich glaube, hier können wir jetzt nichts mehr tun. Wir lassen ihn jetzt hier einfach verrotten in der Kirche. Was, jetzt schon? Wir haben bekommen was gemacht? Okay. Also, dasselbe Spiel wie immer. Motorrad parken. Reingehen. Gracie macht Feierabend. Der Typ steht übrigens nicht da von außen. Oh, ein Telefon. Hallo. Es ist mir. Ich kann nicht schlafen. Oh, mir auch nicht. Kann ich? Ja. Komm. Wir fahren jetzt wohl zu Miss Geddy. Fünfte Tag. Der Weg versperrt. Die Wahrheit verschwommen. Die weiße Fahne weht. Verloren ist, was ich besaß. Und Umkehr ist Verrat. Ja, wieder sehr mystisch. Jetzt kommt Mr. Paperboy wieder. Bam. Zeitung, äh, wie immer auf dem selben Punkt gelandet. Der hat's drauf. Gracie. Rein hier. Da steht der Typ wieder. Ja, Grace, ne? Da guckst du. Are you okay, Gabriel? Sure. Great. Why? I'm worried about you. If I were any better, Grace, I'd be dead. Now, what's up? Did you find out anything about that pattern I gave you? Yeah, I did find something. Dann bin ich mal gespannt. I checked the microfiche at the public library. I found an article about a murder in 1810. The newspaper published a part of a pattern found around the body. It looks damn close. You're incredible. All that work. I read in my horoscope again, haven't you, Grace? Just read the journal carefully, Gabriel. Please. Oh, Telefon. Wer das wohl ist? I got it. Gut, dass es nur einmal klingelt. St. George's Books. Oh, Professor Hartridge, I'm glad you called. Did you... You did? Wait, slow down. The Aigri? Really? You think that's them? The wheel within a wheel. A goon badagri, huh? Well, that does sound like it. Dumballa? The snake? That's the wavy pattern at the bottom, okay? The 1791 slave revolt in Santo Domingo? Well, why would the veve show up there? Huh? Okay. 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 Look, I'll come over as soon as I can. Okay. Relax, Professor. I'm excited too, but you're gonna give yourself a heart attack. Okay. Thanks. See ya. I wish you'd tell me what's going on. I swear you're gonna step into a hole you may never get out of. Don't look so worried. No one knows what I'm doing. I'm perfectly safe. And I'm getting some great stuff for the book. Besides, there's something about all this. My dreams. What about your dreams? Nothing. I'll be careful, I promise. Thanks. Yeah. Wir machen gleich im nächsten Pal weiter. Wir Zeitung lesen. Und wir haben ja so einen Brief hier, ein Paket aus Deutschland bekommen. Das werden wir uns alles durchlesen. Und, ähm. Moment mal ganz kurz. Genau, das Buch und alles. Okay. Das ist das Tagebuch, aber wir hatten doch noch einen Artikel. Ist doch egal, das machen wir alles beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.